moin moin liebe leute willkommen zurück zu einer weiteren folge outlast 2 für die nintendo switch kann ich es jetzt nur empfehlen es macht echt spaß wir haben ja diesen fahrerschluss letztes mal in gang gebracht und ja jetzt sind wir sozusagen eine etage höher oder tiefer mehr höher schauen wir mal was es hier so ergibt tote wahrscheinlich wie immer gott okay da liegen aber tote schritte hier oder sowas gut wir gehen mal mit der kamera die ganze wahrscheinlich müssen helfen alle grönen leute an hier wir kommen da rein jetzt zu folgen wir mal den unheimlichen gesang oh es ging hier ab alter schede was war das denn bin ich ein engeser ventilatoren schacht ich bin ja hingekommen eine gute frage ok es gibt allerdings geht es nicht ich schreibe ich mir auch noch die hände auf an den schrauben hier ok ich bin wieder im klassenzimmer doch crazy das ist ja kein scheiß verstecken widerlich hallendes gelächter ja zu es scheint auch zu sein okay äh ja es gibt es nicht mehr zu da scheint auch zu zu sein es zu hier was für eine schule ist das überhaupt eine schule ich weiß es nicht ja verstecken in den dingen wie sieht das denn aus ok kann ja ganz nützlich sein dass man sich mal verstecken muss da liegt eine Batterie habe ich Geräusche von irgendwo ok sie ein linn an bord mister kommst du ach das ist seine seine freundin linn was denn Ach, noch gruseliger geht's nicht, oder? Jetzt sieht gar so viele Bilder von ihr. Gehen wir mal zurück. Kommen wir jetzt hier durch? Ok. Hä? Was muss ich denn hier machen? Kiert. Hm. Hä? Ah, schauen wir mal hier herlaufen. Oh. Ich glaube nicht, dass Jessica ist. Wieder hängt. Das wäre ja doof, wenn sie tot ist. Was war das denn? Da sollte man vielleicht nicht längs gehen, dann werden wir aufgefressen. Ok, da können wir auch nicht längs. Wir müssen auch gleich vorbei, ne? Verlenkt schleichen, geht das? Oh. Ja. Oh, ich bin nicht raus. Hier rein? Ah! Ok, hier geht's nicht. Ah, ich komm hier nicht rüber! Ah! Ach du Scheiße, Scheiße! Schnell, schnell, schnell! Oh Gott, er kommt! Ah, er kommt! Ah! Ah! Oh, fuck! Wollte mich gerade heilen! Ach, so ein Wichser! Puh! Schnell, schnell, schnell! Schnell, schnell, schnell! Ach, so ein Wichser! Schnell, schnell! so macht das nicht so Alter. Oh. Oh. Und jetzt? Oh, scheiße. Kann er mich hier sehen? Bestimmt, ne? Warum läuft der nicht? Oh. 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 Nehm ich da grad auf, ich weiß es nicht. War die Jessica? Ne, ne? Ich glaube nicht. Gehen wir hier nach der Seite längs. Ach du Scheiße. Oh. Legen nur Frauenleichen an. Oh, das ist eklig. Oh. 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 Gott weiß, was ich getan habe. Und er zwingt meinen Blick darauf, wenn ich schwach bin und Angst habe. Es war nicht meine Schuld, dass Judah nicht schwimmen konnte. Oder dass er mich nehmen wollte. Ich hätte ihn gerettet, hätte ich die Kraft gehabt. Ich zweifle nicht an dir, Herr. Doch bitte zwinge mich nicht, Tag wie Nacht von solchen Träumen heingesucht zu werden. Ich kann ihn nicht mehr ertrinken sehen. Nimm meinen Tod als Buße, denn ich trage Papadnotts Kind und leide Schmerzen, wie ich sie nie kannte. Das Kind in mir muss der Erzdemon sein, bei dem Allträumen und dem Leid. Ich bin dein. Gott, das sind auch echt hier gruselige Gänge, oder? Wer baut denn sowas? Pfff pf pff Was so gemein ist, überall sind Waffen eigentlich, ne? Schieren, Messer, Gabel Alles könnte man nutzen Aber wir sind einfach nur feige Läufer Oh, mir ist da schon wieder einer hinter mir Mann Kann ich durch? Doch War das dumm, da wieder reinzulaufen? Wahrscheinlich, ne? Ah, scheiße Ich blute auf die Sau Schaff ich nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Ich bin nicht wo muss ich hin oh shit wo soll ich denn da hin überhaupt shit 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 oh fuck das war die falsche richtung krabbel oder krabbel nicht aber das war's boah wie nervig war das denn mann also hat uns die steuerung echt mal hakelig der krabbelte war echt auch mal ein bisschen langen trage ich ne trantüte man kann doch nur gucken so richtig cool steuern kann man nicht hier unten krabbelte alleine seinen weg hier wo ich da rauskomme wo soll ich denn da hin ah ok ach man ey was ist ja nervig das ist ja nervig wie er fällt auf immer die falsche richtung hier lauf du spaßt ok also den boden eintreten und dann weiß ich gar nicht ich kann nichts sehen leider da macht es Sinn das nur ganz machen ne es macht keinen Sinn ok so boden eintreten und dann geht's los ok ok haben wir es geschafft soweit alter schwede oder action hier da haben wir noch ein verband mit hier puh das ist zu viel für meine pumpe hier gibt's nichts ne so papier ist kostbar jeglich nutzung für zwecke abgesehen von kopien nutze evangelismus von einem diakomen genehmigt werden auf das stehlen oder die verschwendung von papier steht die blutstrafe wenn ich mir den wurst abwischen will ist denn auch die strafe dabei oh hier ist gar nichts ich will hier nochmal gar nichts machen ich will hier nochmal gar nichts machen wie sollen wir denn hier da oben hin was machen ja Leute aber ich glaube wir enden auch äh beenden das auch hier ach genug aufregung für einen tag ich hoffe es hat euch gefallen ihr seid beim nächsten mal wieder dabei ähm ja bis dahin dann wünsche ich euch einen schönen ruhigen abend bis dann tschüss